Maggi. Marek, ich möchte mit dir unbedingt über die Preise von Skincare sprechen, denn du hast ja auch den Einblick hinter die Kulissen. Du bist Cosmetic Formulator und weißt ja auch, was dazugehört, ein super geiles Produkt zu erschaffen. Und du durchblickst ja auch, was nicht so geil ist, wenn du so eine Inhaltsstoffliste legst. Muss man viel Geld auf den Tisch legen? Bist du dazu bereit, um richtig gute Skincare zu bekommen? Nein, muss man tendenziell nicht. Aber ich bin trotzdem bereit, viel Geld dafür auszugeben, weil ich eben auch weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, so ein Produkt stabil zu bekommen mit all den Sachen, die man drin haben möchte. Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, nur weil es teuer ist, muss es nicht gut sein. Und ich glaube, da sind sich in sämtlichen Bereichen des Konsums alle einig. Nichtsdestotrotz heißt es nicht automatisch, dass der Umkehrschluss stimmen muss. Also etwas super günstiges kann gewisse Dinge nicht leisten, oder? Oder würdest du dem widersprechen? Also etwas super günstiges könnte tatsächlich auch richtig gut sein. Man sieht das häufig bei Sonnenschutzprodukten, dass die richtig günstigen schon sehr, sehr gut sind. Aber es kommt immer darauf an, welchen Anspruch man hat. Und ich suche halt schon sehr, sehr speziell meine Sachen raus. Und wenn man die dann mal findet, dann meistens tatsächlich im höherpreisigen Bereich. In welchen Bereichen, würdest du sagen, geht es nicht unter 20 Euro, sagen wir mal? Ein Produkt, das wirklich richtig vollgepackt ist, mit ganz vielen Extrakten, die ich auch willkommen heißen würde. Und verschiedenen aktiven Wirkstoffen. Also sagen wir mal, da wäre Retinol drin, da wäre Resveratrol drin, da wäre ein besonderes Derivat von Vitamin C drin. Das sind alles so Sachen, da muss man schon sehr, sehr viel Sachen im Hinterkopf haben, dass das stabil bleibt. Und da wird es schwierig, 120 Euro was zu finden. Ja, weil du das erwähnst. Ich glaube, es gibt einfach so Dinge, die können super schnell zerfallen. Die Produkte haben keine lange Shelf-Life, wie man so sagt. Sie können nicht lange im Laden liegen. Und beziehungsweise gibt es oft Reklamationsgründe. Da gehören ja auch so der Kundenservice dazu. Also da kann ich mir schon richtig vorstellen, auch gerade bei der Produktion, dass man auf so viel... Gibt es da viele Verluste, die auch solche Preise hochtreiben? Das kommt durchaus mal mit vor, gerade wenn du ein Risikoprodukt hast, wie ein Vitamin C Serum, wovon dir vieles schnell kaputt gehen kann, dass du einige Chargen hast, die du dann gar nicht verwenden kannst. Und die Hersteller, manche sich dann sagen, okay, da schlage ich dann auf den Preis drauf. Das könnte natürlich der Fall sein. Und sind denn die günstigen Sachen so immer auf Nummer sicher formuliert, dass sie eben, ja, vielleicht simpler sind, aber dann auch nicht viel kaputt gehen kann, aber dadurch auch das Potenzial der Wirkstoffe so gering ist? Also häufig ist es tatsächlich, dass die günstigeren Produkte nicht so auf Wirkstoffe ausgelegt sind, dass man da vieles erzielen kann, sondern einfach so mehr so die Basisprodukte, was man häufig findet. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele Produkte auch nur so günstig sind, weil das über die Menge läuft und damit ganz, ganz gering Gewinnmargen gerechnet wird, was sich ein kleines Startup-Unternehmen einfach nicht leisten kann und deshalb per se schon mal teurer wäre als so eine große Kette. Also man kann es im Prinzip gerade in frischen Marken nicht unbedingt übernehmen, dass sie höhere Preise verlangen, weil einfach andere Möglichkeiten gar nicht gegeben sind. Andererseits muss ich auch sagen, wir leben in einer Zeit, wo einfach der Direktvertrieb an den Kunden möglich ist. Das war über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich gar nicht möglich. Da gab es einfach immer Zwischenhändler, auch nur in den Großhandel, aber natürlich auch die Einzelhändler und alle haben ein Stück von der Torte abbekommen. Man müsste eigentlich meinen, die Sachen würden günstiger werden, aber nichts da. Ja gut, Rabattcodes gibt es auch en masse, aber das gilt ja nicht für jeden, ne? Nee, also die, die haben ja einen höheren Gewinn, dadurch, dass sie keinen Zwischenhändler haben und die könnten die Preise geringer machen. Also einige werden da auch schon ordentliche Gewinn-Summen auf ihren Produkten haben, was in der Kosmetik nicht ganz unüblich ist, weil die reinen Rohstoffkosten, was du brauchst, um dieses Produkt zusammenzusetzen, die sind gar nicht so hoch. Das ist dann nachher, was sich über Forschung oder aufwendige Entwicklung dann quasi noch mit draufschlägt oder aber, weil die Marken einfach meinen, wir können es machen, wir schlagen so viel drauf. Ja, ich fand das auch tatsächlich sehr bemerkenswert in den letzten Jahren, wie schnell es Millionäre oder fast Billionäre gegeben oder Milliardäre gegeben hat. Einfach nur, weil sie eben clever eine Marke aufgesetzt haben mit hohen Verkaufspreisen, die sich ja schon an etablierten Marken orientieren. Ich muss zugegeben auch an Jeffree Star da denken, der so mit dem Finger zeigte auf MAC, Make-Up-Forever-Design so teuer. Ja, ja, aber die sind ja auch überstationär erhältlich, bieten den Leuten Beratung, haben einen tollen Kundenservice und haben ja unheimlich viel Pioniersarbeit geleistet. Ich finde, da kann man die beiden Sachen nicht miteinander vergleichen. Daher nehme ich auch einigen Marken, die so durchschnittliche Produkte bieten. Ehrlich gesagt, die Preise auch einfach übel, insbesondere, wenn sie dann doch in den Einzelhandel gehen und dann die Preise einfach erhöhen. Ja, weil das ist dann, da suchen sie einfach nur nach einem Grund, um quasi noch mehr Gewinn zu machen. Und das finde ich tatsächlich auch für mich als Konsument einfach nur unsympathisch von der Marke selber. Und da kaufe ich dann quasi auch nur noch, wenn ich das woanders nicht finde, die Produkte. Nun ist ja, du arbeitest ja auch im Labor und machst Produkte einfach besser. Also stabil, wie du schon sagst, aber auch so, dass die Wünsche der Konsumenten nach und nach immer mehr berücksichtigt werden. Das dauert lange, oder? Das dauert Ewigkeiten und ich glaube, das vergisst man manchmal auch ganz gerne, dass gerade, vor allem etablierte Marken, muss man wirklich sagen, jahrelang an Produkten sitzen. Also da fünf Jahre ist jetzt nicht äußerst lang, um ein Produkt zu entwickeln. Nun kam ja aber auch tatsächlich unser Lieblingsbeispiel immer hier The Ordinary und hinterher The Inkey List und Good Molecules und mittlerweile ja auch ganz viele in Deutschland, die es ja ganz anders gemacht haben. Die sind ja super günstig und man könnte das Gefühl bekommen so, oh mein Gott, die machen das, was die anderen Marken uns immer vorenthalten haben. Aber wenn man so eine Weile auf The Ordinary war, fängt man ja auch so ein bisschen an, hochwertige Texturen zu vermissen. Wirkstoffe sind nicht alles, oder? So eine hammergeile Textur zu machen, die super einzieht, ist das die Herausforderung, die letztendlich besteht? Ja, weil der erste Schritt ist ja eigentlich, für mich wäre jetzt der erste Schritt, okay, ich möchte das Produkt stabil kriegen. Und wenn ich das soweit habe, sage ich natürlich, aber jetzt wäre noch geil, wenn ich das Ganze auch vom Hautgefühl nochmal toppen kann. Und da muss man dann noch an einigen Stellen rumschrauben und dann geht das wieder kaputt. Und so zieht sich natürlich die ganze Entwicklung wieder in die Länge, weil man das Hautgefühl nochmal verbessern möchte. Und so günstigere Marken wie The Inkey List oder The Ordinary, die haben dann einfach, ja, das Produkt zusammengeschmissen, sagen, okay, das kann man so verkaufen und dann geht das schneller raus, ohne dass sie da noch lange rumtüfteln müssten. Ja, so am Ende ist das wirklich so eine Übergangslösung und früher oder später hat man Blut geleckt und möchte dann ein Produkt, was vieles kann, sich super anfühlt. Und was sind da so Produkte, die du es nicht schaffen würdest, dir selber in deinem Labor bei der Arbeit zu mischen? Manchmal ist tatsächlich die Schwierigkeit, an die Rohstoffe zu kommen. Besondere Rohstoffe sind teilweise nicht so. Also möchte man zum Beispiel wie beim Retinol auch ein ganz besonderes Derivat setzen, wie das Hydroxypin, also das Grand Active Retinoid. Da muss man halt auch einfach erstmal drankommen, dass man sowas bekommt. Und ansonsten ist das auch für mich einfach so ein bisschen der Komfort, muss ich sagen, weil ich schon selber ausprobiert habe, Produkte herzustellen, aber sowas wie Vitamin C Serum oder viel mit Polyhydroxysäuren, das wird einfach wahnsinnig unangenehm von der Konsistenz, dass ich dann irgendwann auch sage, okay, das hole ich mir lieber bei anderen Marken. Was ist denn so deine persönliche Schmerzgrenze? Was hat dir so richtig auch mal wehgetan, es zu kaufen? Also ich muss sagen, ich hatte mir von SkinCeuticals das CE für Rulig mal geholt. Und das liegt ja weit über 100 Euro. Und ich wollte es einfach auch die Marke unterstützen, weil sie sehr, sehr viel Geld in Forschung reinpackt. Und ich mir das einfach von mehr Marken wünschen würde. Muss aber sagen, schlussendlich hat mir das doch sehr wehgetan, weil es einfach krass viel Geld ist. Ja, ich muss auch sagen, ich habe dieses Serum auch schon lange im Visier, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz. Also selbst mit Rabatten, die dann ja auch manchmal kursieren, ist da irgendwie wirklich meine Schmerzgrenze überschritten. Ich bin tatsächlich ja auch ein Schnäppchen-Näger. Ich habe mich komplett auf The Ordinary eingelassen. Ich glaube, am Anfang hatte ich fast alle Produkte, die ja für mich interessant klangen, bestellt. Und ja, ich bin einfach nicht so glücklich geworden. Einiges ist auch gar nicht erst leer gegangen. Das ist natürlich auch so ein Problem. Du kaufst dann für das gleiche Geld, sagen wir für die 100 Euro für SkinCeuticals bei The Ordinary ein. Klar, du hast dann auch ganz viele Produkte, mit denen du theoretisch lange auskommen könntest. Aber die werden ja auch irgendwann schlecht. Also in unserem Gespräch zur Haltbarkeit war klar, man hält sich lieber, gerade bei flüssigen Sachen, unbedingt an die Mindesthaltbarkeitsdaten. Mindest ist es in dem Fall ja nicht so wirklich. Und ja, da ist es irgendwie so ein bisschen falsch investiert. Aber es gibt dann einfach zwischendurch so Sachen, wo ich eins bei einem Spray werde ich ganz schnell. Das ist hier das Niot Superoxide Blabla. Das war ja auch, keine Ahnung, 40 Euro oder so für ein Spray. Ich fasse mir manchmal in den Kopf, irgendwie manchmal kriegt es mich und manchmal einfach auch nicht. Aber tendenziell, muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen knausig. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ziemlich. Wenn ich so bedenke, gerade bei Sonnenschutz, lässt du auch mal 40 Euro liegen. Das kriege ich nicht hin. Ich glaube aber, da ist wirklich auch der Unterschied, weil du für Make-up dann noch zusätzlich quasi einen Bereich hast, wo du viel Geld für ausgibst, der bei mir größtenteils einfach wegfällt. Und ich dann wirklich so fokussiert auf Sonnenschutz einfach auch bin, dass ich da unüblich viel Geld für ausgebe. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, es hat ja auch so eine andere Ebene. Ich glaube, diese Priorität, die man im Inneren verspürt, dass das eine einem einfach so viel mehr Freude wahrscheinlich bereitet. Weil letztendlich vom Sonnenschutz habe ich langfristig ja auch was. Wahrscheinlich bestenfalls weniger Foundation. Aber so ganz Klick in meinem Kopf macht es dann ja auch noch nicht. Lohnt es sich denn, in so fancy Sachen zu investieren? Also ich meine, bei einigen Sachen dämmert es einem schnell. Okay, nur weil diese Rose irgendwo auf den Bahamas wächst, muss das noch nichts bedeuten. Aber es wird doch, ja, ich denke, was mir aufgefallen ist, Produkte mit Peptiden sind immer sehr teuer. Trügt mich der Schein? Das stimmt. Peptide sind mitunter auch sehr, sehr teuer. Und dann ist halt wirklich eigentlich immer die Frage, möchte man es so unbedingt haben, dass man bereit ist, das Geld dafür auszugeben? Oder sagt man einfach, okay, Leute, das, was ihr mir da anbietet, das ist halt einfach überhaupt nicht wert? Und bei mir ist es zum Beispiel so, Peptide finde ich ganz nett zu haben, aber das wäre keine Kategorie, für die ich wahnsinnig viel Geld ausgeben würde. Ja, ich hoffe, wir werden auch an einem Sonntag mal auf diese Dinger, ich bin mir echt immer noch nicht sicher, was das ist, zu sprechen kommen. Aber so diese ganzen botanischen Sachen, macht das Sinn, in irgendwelche Öle aus tropischen Ländern oder whatever zu investieren? Kommt immer darauf an, aus welcher Richtung man guckt, weil es ist, also das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend für manche, aber diese besonderen Extrakte, die manche Marken rausbringen, da investieren die richtig, richtig viel Geld drin, wo ich dann im Endeffekt denke, okay, es ist auch berechtigt, dass das Produkt so wahnsinnig teuer ist, aber ich sehe den Nutzen halt nicht. Okay, ihr habt euch viel Mühe gegeben, okay, das hat viel Geld gekostet, aber mir persönlich bringt das nichts außer einer netten Geschichte und deswegen würde ich da tendenziell sagen, dass es mir das echt nicht wert ist. Achso, also das ist schon richtig, dass diese Sachen viel Geld kosten, nur Kosten nutzen ist dann doch nochmal eine andere Liga, ja? Genau. Ja gut, also wenn du Peptide nicht haben willst und natürlich die ganzen fancy Sachen mit einer tollen Geschichte dahinter, die sehr luxuriös sind, wofür würdest du denn dann mehr Geld ausgeben, außer Sonnenschutz? Also tendenziell schon immer, wenn ich, weil ich da auch so wie du bin, ich habe ganz gerne mehrere Sachen in einem Produkt, was nicht so leicht zu finden ist, sondern so diese ganzen tausend Produkte zu Hause, das bin ich nicht so ein Fan von. Und wenn ich mehrere Stoffe zum Beispiel finde, die kombiniert worden sind, ob das zum Beispiel irgendwelche chemischen Peelings sind, weil da irgendwie die Mandelsäure mit PHAs kombiniert wurde oder aber ich finde eine Nachtcreme, die ganz viele Antioxidantien zusammengepackt hat, die ich cool finde, wie Resveratrol und Vitamin E, Ferulic Acid und sowas, da bin ich dann echt bereit, viel, viel Geld zu lassen, damit ich genau das bekomme, was ich suche. Wie ist es denn bei den typischen Inhaltsstoffen? Gibt es da große Qualitätsunterschiede? Ich kann mir das vorstellen, so bei Natursachen, dass Öle oder Extrakte, dass die sich da unterscheiden, aber wie ist das mit diesen Straightforward Inky, Niacinamid? Da gibt es tatsächlich sehr, bei Niacinamid habe ich es jetzt noch nicht so gehört, tatsächlich, aber es gibt bei manchen Produkten doch sehr große Unterschiede, was die Qualität betrifft, aber ich kann nicht sagen, dass das sich irgendwie auf den Preis ausschweigt, also dass jetzt zum Beispiel die Produkte, die teuer sind, unbedingt auch per se die bessere Qualität haben, weil meistens haben gerade die großen Ketten, die günstig sind, auch sehr, sehr, sehr gute Qualität beziehungsweise einfach, dass die die gleiche Qualität einkaufen wie die teuren auch. Also das hast du ja meistens auch, wir wissen, alles sind große Konzerne, da sind verschiedene Marken unter und im Prinzip kaufen die großen Konzerne für ihre Marken da die gleichen Rohstoffe, egal ob das 100 Euro kostet, Passierung oder so. Das heißt, es kann sich lohnen, mehrere ähnliche Produkte zu vergleichen, auch wenn sie augenscheinlich der Inhaltsstoffliste nach ja fast identisch sind. Könnte die Qualität der Wirkstoffe sich so weit unterscheiden, dass eine für einen besser funktioniert? Das kann auf jeden Fall der Fall sein, wird aber wahnsinnig schwierig sein, rauszufinden, weil man, glaube ich, auch viel so im Kopf abgeht, was man sich, glaube ich, einbildet zu sehen. Wenn man jetzt sowas nimmt, wie das Chaka-Fluid verglichen mit dem Garnier-Fluid, was ja sehr, sehr ähnliche Produkte sind, da würde ich ja zum Beispiel nicht auf einen Qualitätsunterschied tippen, weil es der gleiche Konzern ist. Aber es wäre zumindest, wenn man was merkt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, tatsächlich eine logische Schlussfolgerung könnte passieren. Nun hat man manchmal auch den Eindruck, dass man mehr Geld bezahlen muss, damit die Hersteller etwas weglassen, zum Beispiel Duftstoffe und Alkohol. Das sind so Sachen, die ich ganz oft auch mit dem Drogeriebereich und so in Verbindung bringe. Ist es teuer, darauf zu verzichten? Ja und nein, weil häufig sind die Duftstoffe tatsächlich mit der teuerste Bereich innerhalb eines Produktes, vor allem, wenn du sowas wie Nivea, total bekannt, die sich ja ihre Duftstoffe auch abpatentieren lassen, dass die quasi genauso diese Duftstoff-Kommis haben und das so entwickeln. Das kostet viel Geld, aber auf der anderen Seite hast du es eben auch, dass es teuer wird, wenn du die Duftstoffe weglässt und Alkohol weglässt, weil die Texturen unangenehmer werden und dann musst du wieder gucken, wie kriege ich das aber alles ausgeglichen, dass das trotzdem noch gut anzieht und trotzdem sich toll anfühlt und dann hast du wieder die Entwicklungsarbeit, die länger dauert. Das heißt, insofern, günstiges Parfüm weglassen, ja, macht das Produkt insgesamt wieder teurer. Ja, du hattest ja auch schon mal in einem unserer Talks erwähnt, dass Duftstoffe ja auch die Textur verbessern können, die Penetration und so, dass sich das alles irgendwie so ein bisschen besser anfühlt, ne? Genau, die sind tatsächlich auch ein, ja, Penetrationsverstärker, dass die Sachen tiefer in die Haut gehen und dementsprechend sich auch die Öle so ein bisschen besser wegziehen. Nun sind ja aber auch die Verpackungen ein durchaus großer Kostenfaktor, ne? Gerade wenn es ein bisschen spezieller ist. Achtest du da selbst auch darauf, dass du bereit bist, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn zum Beispiel so ein Airless-Pumpspender da? Ja, tatsächlich. Also nicht nur, dass ich einen Airless-Pumpspender haben möchte, wenn die Verpackung billig aussieht, sehe ich das auch nicht als die bei mir zu Hause die ganze Zeit auf dem Regal steht, weil ich das einfach nicht gerne sehen möchte. Ja, ich bin tatsächlich ja sowieso Fan, wenn es hübsch aussieht. Das hat in den letzten Jahren zugegeben nachgelassen, was mir aber wirklich auch wichtig ist, dass die Sachen stabil sind, irgendwie so gut in der Hand liegen, für unterwegs sich vor allem auch eignen und wer mir auf Instagram folgt, weiß ich lasse ständig irgendwas fallen, bin dankbar, wenn es nicht zerbricht. Aber gerade auch die Haltbarkeit, die Airless-Pumpspender erlauben ja auch hier die Konservierungsstoffe so zu reduzieren. Da gibt es ja auch so fancy Sachen, die immer wieder rauskommen, dass man so pumpt an so einem Pseudotiegel. Also das sind ja auch so Entwicklungen, die sind super willkommen und ich denke, da kann man ja auch ruhig ein bisschen was hindenken. Pipetten wiederum ist ja eher so schwierig, oder? Ja, mit Pipetten muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen mein Problem. An sich finde ich die schon ganz cool, aber da sollten die Unternehmen sich auch Mühe geben, wie Paulus Scholz zum Beispiel hat einen Verdichtungsring, dass da nicht so, genau, so ein Verdichtungsring oben, dass da nicht ganz so viel Luft ist zwischen und ansonsten muss ich sagen, dass wenige Unternehmen sich Mühe geben für einen Pumpspender, der so gut dosiert, dass du Flüssiges da rausholen kannst. Das fehlt. Und super sind ja auch vor allem die, die dir die korrekte Menge, dass du nicht spekulieren musst, sondern dass sie dir sagen, Vierpumpstöße ist das, was du brauchst, Punkt. Und ich glaube, das ist wirklich, sind diese Kleinigkeiten, an die man nicht denkt, die mehr kosten, aber es dann ja wahrscheinlich auch oft wert sind, damit man ja auch die besten Resultate letztendlich bekommt, oder? So ist es, genau. Nun ist ja natürlich der Elefant im Raum, das Marketing, das super teuer sein kann, aber ich glaube, da ist sich ja jeder auch dessen bewusst, dass viel übertrieben, viel gelogen wird und ich glaube, da könnten wir gar nichts Schlaues zu ergänzen, als dass man einfach einkalkulieren muss, dass da unheimlich viel Geld reinfließt, nicht immer alles richtig ist und das ist wahrscheinlich in der ganzen Kette das Letzte ist, dem man vertrauen sollte, oder? Genau, das ist dann die, muss man für sich selber entscheiden, ist es mir jetzt wichtig, denen mehr Geld zu bezahlen, nur weil sie eine schöne Währung gemacht haben? Stimmt, was habe ich davon? Nichts. Ja, ich danke dir vielmals für den spannenden Einblick in dieses Thema. Ich hoffe, wir werden da vielleicht hier und da nochmal drauf zu sprechen kommen und dann sehen wir uns nächsten Sonntag, oder? Ja, bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.